Wir brauchen die elektronische Identität, die EID für die Kommunikation zwischen Privatpersonen und den Behörden einerseits, auf der anderen Seite für die Kommunikation zwischen Privatpersonen und der Wirtschaft, um beispielsweise einen Einkauf tätigen zu können. Dafür wollen wir jetzt die gesetzlichen Grundlagen erschaffen. Das ist wichtig, damit die Digitalisierung fortschreiten kann.